Hallo, mein Name ist Jonas Rath, Athletiktrainer der HSG Wetzlar. Normalerweise bringe ich die Spieler der HSG in Bewegung, aber heute geht es um dich. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AOK Hessen zeige ich dir, wie du in wenigen Minuten Bewegung in deinem Büroalltag bringen kannst. Mache direkt mit und gönne deinem Körper eine Pause vom langen Sitzen. Hi, mein Name ist Carina. Ich arbeite sehr viel am Bildschirm und habe dadurch öfter Probleme mit einem steifen Nacken. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich? Die Eule. Richte deinen Oberkörper auf, schiebe deinen Kinn nach hinten und mache deinen Nacken lang. Anschließend drehst du deinen Kopf im Wechsel so weit wie möglich zur linken und rechten Seite. Die Brezel Richte deinen Oberkörper auf, verschränke die Arme vor dem Brustkorb und lege die Hände auf die Schultern. Anschließend streckst du deine Arme diagonal. So einfach kann Bewegung im Büro sein. Schon mit kleinen Einheiten tust du deinem Körper etwas Gutes. Bleib am Ball und schau dir gerne weitere Videos der Serie an. Du siehst kurz, wie zum Beispiel ein demás. Vielen Dank.